Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter im Ersten. Es gab heute bei uns auch in Deutschland schon ein paar dichtere Wolkenfelder, allerdings nur im äußersten Nordosten. Ansonsten sehen Sie viel blauen Himmel, deswegen erscheint das Ganze hier auch so grün, es war also keine Wolke am Himmel. Über Deutschland und auch Frankreich, über Spanien dagegen, wie auch in den letzten Tagen, dichte, kompakte Wolken, woraus es auch immer mal wieder geregnet hat. Bei uns heute schon große Temperaturunterschiede. Rostock 9 Grad, Freiburg 21,9 Grad. Und in Brief-le-Gaillard in Südwesten Frankreichs 23 Grad heute Nachmittag, dagegen Madrid 12 Grad. Insgesamt blieb es unter diesen dichten Wolkenfeldern doch recht kühl. Und die Wolken, die zu uns kamen aus Nordosten, sind Wolken einer Kaltfront, also dahinter floss auch etwas kühlere Luft ein. In den nächsten Tagen wird das Wetter langsam wechselhafter, zumindest ab Dienstag, was aber auch bedeutet, es kommt dann mal wieder ein bisschen nass von oben, was wir dringend gebrauchen können. Sie sehen aber, das dauert noch eine ganze Weile, bis Mitte nächster Woche bleibt es meist bei dichteren Wolken, dann so ab Dienstag zumindest im Süden auch gelegentlich etwas Regen. In der Nacht halten sich noch etwas dichtere Wolkenfelder, das bildet sich auch hinter diesen Wolken. In der zweiten Nachthälfte örtlich Nebel, im Süden ist es meist sternenklar, wenn Tropfen fallen, dann am ehesten am Rande des Erzgebirges. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte von meist 7 bis 3 Grad, minus 3 Grad, dagegen Richtung Mecklenburg-Vorpommern, wo der Himmel längere Zeit klar ist, so Richtung Vorpommern und Seenplatte. Morgen Vormittag starten wir im Süden mit viel Sonnenschein. Über der Mitte immer noch die Restwolken dieser Front nach Norden hin Nebelfelder, die sich dann aber im Laufe des Mittags, frühen Nachmittag auflösen werden, so dass es immer mal wieder sonnige Abschnitte gibt und nur ein paar wenige kompaktere Wolken. Die Temperaturen steigen dazu im Laufe des Nachmittags auf meist 11 bis 15 Grad, so im norddeutschen Tiefland, sonst 16 bis 20 und im äußersten Südwesten sogar bis zu 23 Grad, gilt vor allen Dingen für Markgräfler Land und Breisgau. Der Wind dazu ist überwiegend schwach unterwegs, kommt aus unterschiedlichen Richtungen, an der Küste dagegen frischer Wind, meist aus nordwestlichen Richtungen. Und die kommenden Tage werden die Wolken dann schon zahlreicher, am Montag erste Tropfen von der Nordsee her, am Dienstag verbreitet da mal etwas Regen und von Nordosten her deutlich kühler als im Moment.